Ich meine, jetzt haben sie schon einen gelähmt, die gleiche. Ich möchte wissen, was als nächstes kommt. Äh, sie bauen ein Query. Ach, doch? Na gut. Mega. So. Hindu-Statue. Eisen. Eisen, die verkaufen irgendwann Eisen. Gut, dann bauen wir eure Query, damit auch Eisen rauskommt. Ja, das wird einfach irgendwann. Ich seh mich jetzt schon ab rumlaufen und einen Abenteuer nach dem anderen haben. Zipi, dipi, dipi, mit ganz vielen Ressourcen und irgendwann, irgendwann laufen die Städte von selbst. Mal schauen. Bisher hab ich das noch nie lange durchgehalten. Dafür ein Let's Play. Ähm. Ich hab immer noch ganz viel Dreck und Sand. Okay. Ich glaub, ich brauch mir was. Ich hab mir jetzt noch mal... Ein Tafelskreis. Okay. Aber... Ich hab mir jetzt noch mal Verletzriegel. Und dabei macht dieser billige Mod wieder Spaß, um Dreck rumzugraben, weil Dreck einigermaßen war Windweiß. Ist das merkwürdig? Ist das merkwürdig? Okay, auf jeden Fall hier ne Wand. Hier. Und hier ne Wand. Und hier ist die Laufbühre. Hier ne Wand. Jupp. Äh, Käse. Ja, dann lass es erst mal trauen. Nein! Und da wird es auch wieder dunkel. Mal eben kurz improvisiert abschließen. Und ich übernachte in einem Dreckigen Lebenbunker. Na wunderbar. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.